Die Promis haben die Make-Up-Welt revolutioniert und wir werden heute schauen, welche der drei beliebtesten Promi-Marken wirklich gut ist. Wir werden schauen, welche Foundation sitzt vielleicht besser. Ich zeige euch alle Produkte, die ich von Selena Gomez, Rihanna's Fenty Beauty und Ariana Grande's Ram Beauty habe. Und ich bin super gespannt, welche der Marken meine Favorite Brands wird. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute lassen wir es krachen. Ich habe sehr, 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 sehr viele Produkte von Ram Beauty, von Rare Beauty, von Fenty Beauty hier. Und ich will so ein bisschen schauen, welche der Celebrities hat wirklich den meisten Einfluss auf die Marken. Und ich habe auch eine ganz, ganz spannende Information erhalten und bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Mal ein bisschen was anderes. Ich muss sagen, wenn ich mir die Kiste so angucke, ist die ästhetisch, der Inhalt zumindest, sehr, sehr hübsch. Wir schauen mal, wie die Produkte funktionieren. Und ich würde vorschlagen, wir quatschen einfach gar nicht so lange und schauen mal. Ihr könnt mir aber schon mal in die Kommentare schreiben, welche der Marken, die ich hier zeige, eure Favoriten sind. Und ob ihr vielleicht von der jeweils einen oder anderen Marke ein Produkt habt, wo ihr sagt, das liebt ihr. Ich habe mich natürlich so ein bisschen darauf fokussiert, bei Produkten, die ich wirklich gerne mag, die dann auch zu zeigen, damit ihr auch so einen kleinen Mehrwert habt. Ich glaube, es ist nämlich immer nicht so cool, wenn ich ein Produkt rausnehme und weiß, dass es bei mir nicht funktioniert, um es dann euch zu zeigen. Deswegen zeige ich euch die Produkte, die ich am liebsten mag. Und da starten wir auch schon mit dem ersten Primer. Das ist der Soft Cirque Primer von Fenty. Es ist recht Fenty-lastig, weil ich tatsächlich die meisten Produkte auch wirklich von Fenty Beauty habe. Ich muss nämlich auch sagen, Fenty Beauty war natürlich auch im Vergleich zu den anderen Brands die erste Marke, die von Celebrities rauskam. Ich war am Anfang, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen skeptisch, was Celebrity Brands anging, weil es hat immer so einen leichten Cash Grab. Also dieses schnelle Geld. Die Beauty-Welt ist natürlich eine Industrie, die sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell Geld machen kann. Und das ist halt im Vergleich zur Musik, das sind ja alles Musikerinnen bzw. Schauspielerinnen, sehr, sehr planbar. Und du weißt nicht, ob du ein Album rausbringst, da verdient natürlich auch ein großes Musiklabel noch mit. Wobei ich sagen muss, bis vor drei Wochen war Ram Beauty auch eigentlich nicht Ariana Grande. Ariana Grande hat nämlich ihre Marke gekauft, dazu kommen wir aber später nochmal zurück. Ich mag den Silk Canvas Primer von Fenty Beauty sehr, 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 sehr gerne. Bei der Foundation wird es jetzt so ein bisschen tricky. Ich habe nämlich viele. Ich habe einmal die Pro Filter Hydrating Foundation von Fenty. Ich habe die Rare Beauty Foundation. Die ist viel zu, viel zu dunkel und sie hat sich auch schon zersetzt. Ich habe Fenty Beauty East Drop Foundation und ich habe von Fenty die Pro Filter Foundation. Ich bin ehrlich, die von Rare Beauty war damals für mich nicht so das, was mir gefallen hat. Ich weiß aber, dass sie mittlerweile einen Skin Tint rausgebracht hat und den würde ich tatsache gerne mal testen. Ich habe es ehrlich gesagt einfach nur immer vergessen. Heute benutzen wir also dieses Schätzchen hier von Fenty Beauty und ich muss sagen, ich liebe die. Was ich dazu sehr, sehr gerne kombiniere, ist die East Drop Lit Foundation. Das ist keine richtige Foundation, sondern eher wie so ein Liquid Highlighter. Und die beiden zusammen sind ein Match made in heaven. Die sehen natürlich optisch auch sehr, sehr ähnlich aus und funktionieren dadurch auch sehr, sehr gut. Ich habe die Foundation in der Farbe 8 und den All Over Glow Enhancer in der Farbe 01. Das ist im Prinzip wie so ein ganz wässriger, leichter Highlighter und den mische ich mir damit rein. Das Produkt wurde auch Tatsache genau dafür gemacht, dass man das Ganze so ein bisschen zusammen mischen kann und ein sehr, sehr natürliches Glowy Finish hat. Ich bin gespannt, ob die Farbe jetzt passt. Meine Haut ist heute so ein bisschen durch den Wind. Ich trage mir erstmal eine ganz, ganz leichte Schicht mit diesem Stippling Brush auf. Wechsel dann den Pinsel und nehme etwas fester gebundenen Pinsel. Die Kombination aus beiden mag ich Tatsache sehr, sehr gerne. Die Rare Beauty Foundation ist sehr, 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 sehr deckend. Alle Marken haben eine sehr, sehr große Shade Range und ich muss dazu sagen, Rihanna war eine der Ersten, die wirklich Beauty Brands von Celebrities ermöglicht hat und auch rausgebracht hat und sie hat auch wirklich die Beauty Industrie revolutioniert. Wenn wir zurückdenken an, ich weiß gar nicht, wann Fenty Beauty rauskam, 2017 vielleicht, waren die Shade Ranges, waren die Texturen, das war alles sehr, sehr weiß. Und nicht inklusiv. Und Fenty Beauty war die erste Marke, die es wirklich geschafft hat, marktauglich eine Vielzahl an Farben für verschiedene Hautfarben und Hauttexturen rauszubringen. Und sie hat natürlich auch, das ist nicht nur ihre eigene Marke, ich glaube, Fenty gehört mittlerweile zu Louis Vuitton-Marie Hennessy, was ganz spannend ist, aber sie hat einen Großteil davon selbst. Also ihr gehört einen Großteil der Marke im Vergleich zu Ariana Grande. Die hatte nämlich Ram Beauty als Gesicht gegründet, so ein bisschen, und hat den anderen Teil oder der Großteil der Marke gehörte Forma Beauty. Forma Beauty ist der Überkonzern, der Morphe hatte und diese ganzen Morphe-Untermarken. Der ist aber insolvent gegangen und Ariana Grande hat es geschafft, mit ihrem eigenen Geld in Anführungszeichen Ram Beauty abzukaufen, sonst wäre Ram Beauty nämlich auch den Bach runtergegangen. Und ich muss sagen, als Ram Beauty rauskam, ich war ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht und ich bin es auch ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass Ariana Grande da nicht so richtig involviert war. Ihre Werbungen auf Instagram, in ihren Storys und generell sahen immer so ein bisschen abgelesen aus. Wenn man sich Videos angeschaut hat von ihr auf ihrem Instagram-Account, das war halt immer so teleprompter. Und das mag ich persönlich bei Celebrity Brands überhaupt gar nicht, weil ich als Fan von Selena Gomez, Ariana Grande, Rihanna, kaufe die Produkte vorrangig, wegen der Person. Und weiß, hey, mein großes Idol ist Ariana Grande beispielsweise und sie hat was rausgebracht und das möchte ich haben, denn ich will genau so sein wie sie. Und ich hatte das Gefühl, dass sie da wirklich so gut wie gar nicht involviert drin war. Und deswegen bin ich gespannt, wie es mit Ram Beauty weitergeht. Ram Beauty ist jetzt auch endlich bei Sephora erhältlich. Ich packe euch mal einen Link zu allen Produkten, die ich hier habe, unten in der Infobox, da könnt ihr mal ein bisschen durchschauen. Es sind teilweise wirklich gute Produkte gewesen, wobei ich sagen muss, ich habe mit mehr gerechnet. Denn es hatte so ein bisschen Morphi-Qualität. Morphi-Qualität ist nicht schlecht, aber im Vergleich zu Fenty Beauty, die teilweise wirklich in Italien produziert oder in England produziert oder in Amerika produziert, war der Qualitätsunterschied zu China, wie Ram Beauty, die zum Großteil produziert wird, doch schon recht groß. Okay, die Base ist drauf. Ihr seht es, die Deckkraft ist sehr, 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 sehr leicht heute. Also dieser Skin Tin Foundation ist eher was, wenn ihr so normale bis etwas öligere Haut habt. Und in dem Moment, wo ihr diesen Skin Enhancer da mit reinmischt, könnt ihr sie auch tragen, wenn ihr eine trockene Haut habt. Das ist wirklich ganz spannend. Es ist jetzt nicht so ultra, ultra deckend. Ich mache mal Concealer raus, denn da habe ich tatsache kein mehr von irgendeiner Brand. Ich mochte den Fenty Beauty Concealer sehr gerne. Ich mochte das Fenty Beauty Powder sehr, 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 sehr gerne. Irgendwann kam aber das Huda Beauty Puder raus und das hat mir persönlich wesentlich besser gefallen, weswegen ich das Fenty Beauty Puder nicht mehr habe. Fenty hatte das aber damals auch, glaube ich, als eine der ersten Brands in so einem Lavendelton sehr, 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 sehr gut oder in Banana Bread, glaube ich. Ich brauche ein bisschen Kontur und ich habe wirklich viele verschiedene Base-Produkte. Fenty, und da merkt man schon den Unterschied und das finde ich auch wirklich gut, Fenty setzte den Fokus so ein bisschen auf Base. Also inklusive Foundations, verschiedene Primer, verschiedene Foundation-Texturen, verschiedene Bronzer, Contouring-Produkte und weniger Farbe. Falls euch aufgefallen ist, Fenty hat, weiß ich nicht, die letzte wirkliche krasse Lidschattenpalette, die Fenty rausgebracht hat, ist ein paar Jahre her. Es kamen dann irgendwann diese kleinen raus, die waren okay, war jetzt nichts Revolutionäres. Der Fokus bei Fenty liegt auf Base und das ist das Erfolgsgeheimnis von Fenty. Bei Rare Beauty ist das Ganze so ein bisschen fokussiert auf Inklusivität der Verpackungen. Selena Gomez ist ja auch selbst chronisch krank und hat die Verpackungen so gemacht, dass man sie leicht öffnen kann. Wenn man ihre Videos sieht, sieht man, dass sie oft zittert und nicht so viel Kraft in den Fingern hat. Und die Verpackungen lassen sich sehr, sehr gut öffnen. Auch hier der Fokus, aber eher so ein bisschen auf Farben, die Blushes sind viral und es kommen regelmäßig neue Blush-Farben raus. Fenty eher Complexion, Rare Beauty eher Inklusivität an Verpackungen und zugänglich und Farben und Rare Beauty boring im Vergleich. Und das ist, glaube ich, das langfristige Problem von Rare Beauty, wenn die sich nichts suchen, was ihre Sparte entspricht. Weil Make-Up gibt es überall. Zum Konturieren benutze ich hier von Fenty Beauty den Matchstick in der Farbe Ember Sweat. Das ist ein phänomenal gutes Contouring-Produkt. Sehr, 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 sehr kühl, aber nicht zu kühl. Und das blende ich mir einfach hier hinten wirklich nur ganz leicht hier hinten aus, denn wir werden noch viele, viele weitere Base-Produkte heute haben. Von Fenty gibt es auch diese Schätzchen hier. Das war ein Cream Bronzer. Der ist noch kühler. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen was von dem und gebe den einfach noch mal rüber. Ich will so viele Promi-Produkte in meinem Sicht haben, wie möglich. Tatsache muss ich sagen. Ich weiß, aber das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich würde mir wünschen, dass es eine Celebrity-Brand gäbe, die günstig ist. Weil ich habe das Gefühl, die meisten, als ich unter 20 war oder unter 18, 17, war ich ein großer Fan von Celebrities und habe mich viel damit auseinandergesetzt und war sehr, sehr interessiert daran. Aber ich hätte mir niemals eine Foundation oder einen Highlighter leisten können, der 30 Euro kostet. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß, es ist natürlich viel Geld, was man damit machen kann. Aber ich glaube, ihr könnt mir so ein bisschen folgen. Es ist halt nicht so zugänglich und am Ende fällt es zurück auf die Eltern, die dann für ihre Kinder die Produkte kaufen müssen oder für ihre Jugendlichen oder sie müssen ihr Taschengeld dafür ausgeben. Und da finde ich 30 Euro schon recht schwierig. Deswegen würde ich mir wünschen, dass irgendein Celebrity mal mit einer günstigeren Marke rauskommt. Oder hier, noch krasser, da weigere ich mich aber auch, was zu benutzen. Millie Bobby Brown Florence, glaube ich, heißt die Marke. Sehe ich gar nicht ein. Also das sind ja so utopische Preise und sie ist noch nicht mal 20, die Maus. Und ihre Zuschauerschaft oder ihre Fans sind halt auch noch deutlich jünger als die, die mit Rihanna aufgewachsen sind. Das ist nur, wir gehen jetzt auf die 30 oder sind über 30 mit der Umbrella-Zeit. Da kann man auch mal vielleicht 30 Euro ausgeben, aber nicht mit 14. Kontur ist drauf. Wir fixieren das Ganze einmal. Ich habe keinen Puder von irgendeiner Brand mehr da, deswegen einmal ganz leicht unter den Augen fixiert. Und jetzt kommen wir zu drei verschiedenen Blushes, die wirklich jede für sich oder jeder für sich eine sehr besondere Textur sind. Wir haben einmal von Fenty die Cream Blushes. Die sind recht klein, die sind recht teuer, aber die halten Ewigkeiten. Hier sind drei Gramm drin und ich habe die jetzt seit, seitdem die draus gekommen sind, gibt es in unzähligen Farben. Von Rare Beauty gibt es zwei verschiedene und ich finde auch, dass beide sehr besonders sind. Wir haben einmal hier diesen sehr viralen Blush in der Farbe Bliss, das ist ein Liquid Blush mit diesem Füßchen. Packaging 12 von 10. Fühlt sich super hochwertig an und die sind extrem pigmentiert. Das ist so ein bisschen der Nachteil davon, wenn man nicht so geübt ist vielleicht mit Make-Up. Im Vergleich dazu haben wir hier die kleinen Melting Blushes. Die sind eher etwas zarter pigmentiert, ein bisschen weicher. Ich würde jetzt auf der einen Seite diesen hier benutzen und auf der anderen Seite den von Fenty, dass ihr einfach mal beide Texturen seht. Es geht jetzt nicht wirklich darum zu schauen, welcher Blush ist besser als der andere, beide haben ihre Daseinsberechtigung. Was ich ganz süß fand ist, in diesem Füßchen, das werdet ihr jetzt aber nicht erkennen können, ist ein kleines Herzchen drin. Und ich bin wirklich ganz vorsichtig. Streift das Produkt ab, denn wenn ihr zu viel Produkt dran habt, ist euer ganzes Make-Up versaut. Die sind so übertrieben pigmentiert, das ist unglaublich. Blende ich einfach hier so ein bisschen aus. Man muss so ein bisschen schneller arbeiten und der setzt sich dann auch recht matt hin. Ihr könnt das Ganze natürlich auch auf die Hand machen, ihr könnt das in die Foundation mit reinmischen. Die sehen aber so ein bisschen zarter aus, wenn man sie auch zart benutzt. Ich mag beide sehr, sehr gerne. Ich mag die sehr, sehr, sehr gerne. Ich hätte gerne noch mehr Farben davon. Auf der anderen Seite benutzen wir die von Fenty. Das ist der Cream Blush in der Farbe Summertime Wine. Auch so ein bisschen beeriger. Das Schöne ist, die sind auch pigmentiert, aber man hat ein bisschen, wenn man es richtig macht, wenn man es richtig machen würde, ein bisschen mehr Kontrolle über diese Blushes, weil du natürlich einmal reingehst, ganz leicht und dann das Produkt so ein bisschen aufträgst. Auch hier ist kleiner Schimmer mit drin, ist ein bisschen pigmentierter als diese Farbe. Beide aber sehr, sehr gut. Ich glaube, da kommt es eher so ein bisschen drauf an, welche Vorliebe hat man für welche Textur. Schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, welche Blushes ihr von welcher Brand am meisten mögt. Kommen wir zum Bronzer. Und da wollte ich euch eigentlich den hier von Fenty ans Herz legen. Der ist sehr, 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 sehr gut. Das ist die Farbe Private Island. Ich habe aber noch was anderes, was ich persönlich ein bisschen besser finde. Das ist die Sunstalker Palette. Da hast du alle Farben mit drin und kannst die auch als Lidschatten benutzen. Werden wir auch gleich tun. Deswegen gehe ich jetzt mal mit einem fluffigen Pinsel hier in die vorderen drei mit rein. Ihr habt einen kühlen Ton, einen wärmeren und dann halt einen Verlauf. Und ihr könnt das Ganze wirklich mischen, so wie eure Haut gerade in dem Moment ist. Ihr habt sogar wirklich einen sehr, sehr, sehr dunklen Bronzer. Das ist jetzt ein bisschen fleckig hier bei mir. Natürlich, den ihr benutzen könnt, wenn ihr dunkler seid. Oder ihr benutzt das als Lidschatten. Eine sehr, 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 sehr schöne Textur. Ich mag die Cream Bronzer von Rihanna sehr, 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 sehr gerne. Also ich benutze die oft. Ich habe auch einige hier und habe ein sehr gebräuntes Gesicht. Ich gehe hier noch so ein bisschen über die Augenbrauen drüber. Wir probieren einfach mal verschiedene Produkte aus heute. Ich bin Bronzy heute. Ähm, oh nein. Wobei, doch komm, wir probieren es nochmal, ob es noch funktioniert. Es gibt auch Highlighter. Und da muss ich sagen, also 15 Milliliter ist schon eine Menge. Und da rechnet sich das Produkt dann auch. Das sind die Liquid Luminizer. Ich muss sagen, das können die Promis schon sehr, sehr gut. Packaging, was cohesive aussieht. Was gut zusammenpasst. Was man gerne irgendwie nebeneinander auf dem Tisch stehen hat. Es passt alles zusammen. Da merkt man schon den Unterschied zu anderen Brands, die den Fokus eher auf Schnelllebigkeit legen. Also das sind meistens Produkte. Und von Promis sieht man selten Limited Editions. Die sind da und die sehen immer gleich aus. Und damit man sie auch immer wieder nachkaufen kann. Finde ich eine gute Sache. Hier, schauen wir mal, ob wir den Liquid Highlighter noch benutzen können. Der ist extrem pigmentiert. Und, das hat mich damals, glaube ich, so ein bisschen gestört. Der ist recht ölig. Also man darf nicht zu viel davon benutzen. Deswegen bin ich vorsichtig. Und gehe hier rein. Und tupfe den hier nur noch ganz leicht rüber. Und dann funktioniert es auch. Also ich würde niemals diesen Highlighter benutzen, um ihn draufzusetzen. Weil er dann komplett alles kaputt gemacht hat. Damals erinnere ich mich. Wenn man den aber nur so ganz leicht draufstempelt oder vielleicht sogar in die Foundation mit reinmischt, dann funktioniert es ganz gut. In der Verpackung sieht der sehr angsteinflößend aus. Auf der Haut ist der aber recht soft. Also nicht soft, sondern es ist nicht so ein grober Schimmer mit da. Mag ich sehr, sehr gerne jetzt, wo ich ihn trage wieder. Kann ich mir gut vorstellen, den in eine Foundation mit reinzumischen. Oh ja, das werde ich nachher mal ausprobieren. Weil der, wenn man der auf der Haut hat, siehst du den kaum noch. Also das ist nicht so ein grober Glitzer. Das ist eher so ein flüssiges Metall. Aber reduziert. Macht gar keinen Sinn, oder? Bei den Lidschattenpaletten muss ich sagen, alle drei Marken überzeugen mich null. Die sind extrem boring. Die sind super, super langweilig. Die sehen alle gleich aus. Ich habe jetzt hier beispielsweise eine von Ram Beauty. Im Vergleich dazu die von Fenty Beauty. Das ist literally fast eins zu eins genau dasselbe. Wir probieren mal auf der einen Seite die, auf der anderen Seite die. Und Rare Beauty hat auch sehr, sehr Basic Paletten. Wobei bei Rare Beauty angeblich die Schimmertöne sehr gut sein sollen. Von Rare habe ich aber nicht eine einzige Lidschattenpalette. Ich starte bei Fenty mit dieser Sunstalker Palette in der mittleren Farbe hier. Und setze mir die einfach in die Lidfalt. Das wird ein sehr, sehr, sehr Basic Look heute. Aber das ist das, was sich natürlich auch am besten verkauft. Und ich glaube, wenn ihr euch so ein bisschen für wie funktioniert die Make-Up-Industrie interessiert, schaut einfach, was machen die Promi-Brand. Denn die sind super interessiert daran, Produkte zu machen, die sich gut verkaufen lassen. Und diese Paletten lassen sich halt einfach gut verkaufen. Warum ist nicht eine neue Farbe mit dabei gewesen? Warum bringt sie die raus? Weil sie weiß, dass das natürlich super praktisch ist. Für Make-Up-Artists vielleicht auch. Für Leute, die eine Vielzahl an Farben haben wollen. Ich gehe in die dunklere Farbe. Die nicht so viel Diversität an Farben brauchen. Und das macht dann natürlich Sinn. Dann musst du dir nicht halt 10 Bronzer einzeln kaufen, sondern bringst du einfach nochmal so eine Palette raus. Hast ein neues Produkt. Hast ein neues Engagement auf deinen Produkten. Und neue Leute, die sich das dann vielleicht doch kaufen wollen. Ich mag die sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Auf der anderen Seite benutzen wir die von Rare Beauty. Die ist natürlich ein Stückchen pigmentierter. Aber ist meiner Meinung nach vom Packaging echt süß. Also ich mochte das Packaging davon gerne. Aber es ist halt 0815. Ich weiß nicht, ich liebe Ariana Grande. Und ich war so enttäuscht von der Marke. Ich hoffe, dass da noch was Spannendes rauskommt. Sieht fast eins zu eins identisch aus. Dann würde ich fast sagen, nehmt die von Fenty. Weil die ein bisschen einfacher ist, die als Bronzer zu benutzen. Hier kommst du niemals mit einem Bronzerpinsel rein. Als Schimmer gehe ich auf der Rare Beauty Seite in beide Schimmertöne. Und setze mir die hier einfach rüber. Und im Vergleich dazu von Fenty hier in den etwas dunkleren. Und dann vorne in den helleren. Siehst du, fast keinen Unterschied, oder? Als Mascara benutze ich die hier von Rare Beauty. Ich liebe die. Das muss ich wirklich sagen. Es ist einer meiner absoluten... Oh nein, ich habe mir ins Auge gepiekt. Den liebsten Mascaren. Ich mag die von Fenty ehrlich gesagt nicht so gerne. Die ist mir ein bisschen zu klumpig. Die macht eine schöne, natürliche Wimper. Für die Lippen benutzen wir einen wunderschönen Ton von Rare Beauty. Das ist die Farbe Sincere. Das war in so einem kleinen Set. Ist so ein bisschen Fliederfarben. Aber ich zeige euch gleich eine tolle Kombination. Das ist so ein bisschen in die bärige Richtung. Und vom Finish her fast schon so ein bisschen glossy. Also die halten wirklich nicht lange auf den Lippen. Du musst sie halt mitnehmen. Aber die gab es auch in so einer kleinen Größe. Sehr, sehr süß. Was ich total gerne mache, ist, ich nehme auch diese Blushes als Lippenstift. Und setze mir das so ein bisschen hier ins Zentrum. Ich bin gespannt, welche der Produkte, die ich euch gezeigt habe, euch am besten gefallen. Und welche Marken ihr am inspirierendsten findet. Welche Produkte kauft ihr ein? Was für Produkte wünscht ihr euch von den Promis? Ich bin super gespannt auf euer Feedback. Und freue mich, wenn wir uns am Mittwoch hier wiedersehen. Passt auf euch auf.